Jooska von Hedge, willkommen zur nächsten Folge von GTA The Battle of G-Toon. Ja meine Freunde, heute geht es weiter mit GTA The Battle of G-Toon. Wir haben jetzt ein Double Time Modus, aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt gerade 5.20 Uhr, da heißt es Morning Let's Play. Da heißt es meinen guten Morgen, ich habe gerade noch Outlast aufgenommen. Das müsst ihr euch später reinziehen, Freunde. Die Folge war wieder eine komplette Eskalation. Mein Herz hat gesagt, das bleibt wieder stehen. So, aber jetzt geht es weiter mit GTA. Ich höre es sagen, wir machen mal wieder eine schöne Mission bei... Ah, guck mal, bei Mamas Haus. Ach Freunde, bald kommt wieder auf meinem Kanal auch Call of Duty Black Ops 3 und auch weitere CODs, weil bald kommt auch das neue. Wir haben es jetzt erst mal im Sommer, aber bald kommt es ja raus, endlich. Bin mega gehypt drauf, endlich mal wieder einen klassischen zweiten Weltkrieg-Shooter, der auch freut mich schon sehr. Und auf meinem Kanal wird auch FIFA kommen und GTA mit den Jungs wird kommen. Also seid gespannt, es wird noch einiges kommen. Einige Projekte werden auch noch kommen. Aber jetzt fahren wir erst noch zu Mamas Haus und wir sehen uns dann gleich. Ja Freunde, wir sind da, wir hätten einfach nur um die Ecke fahren müssen, aber egal. So, Mamas Haus. Glocking off. Ah, die zwei wieder hier. Das ist meine Mama. Ja, well, apparently your boys and your real son got some work to do so ladies, we gotta roll. Come on, let's go. Ah ja, Freunde. Der. Janer, der lässt man hier wahr, der wird auch bald einen Kanal haben. Da werden irgendwie noch einige Sachen kommen. Seid gespannt, Freunde. Das sind Mütter, ne? Oder eben Eltern. Mach das, mach doch das. Das war eine Ansage. An die Mutter. Aber ja, Freunde. Wir werden die Eltern mal das Beste. Der sitzt am Steuer und jetzt müssen wir. Steigt mit Armando und Henrik ins Auto. Okay, ja, Freunde. Wir sehen uns gleich am Pier wieder. So, Freunde. So, angekommen schon. Der macht mir jetzt einen Platz. Ich muss das nicht mehr anziehen. Wo? Was hast du denn gerade? Ein FPS-Drop des Grauns? Easy peasy. Easy peasy. Okay. Oh. Das klingt halt... Okay, ich folge ihn mal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Boah, ganz so viele Leute. Ja, Bro. So Geschäfte, mal hier. Drogengeschäfte, da. Drogengeschäfte, hier. Ja, Bruder, lauf. Was ist los? Der steht da mit der Knarre, ja, Mann. Hä? Ja, muss ich jetzt die... Ja, okay. Hä? Ja, ich komm. Ey. Wenn die jetzt wieder sterben, sind sie voll idiotiose, ne? Zack. Ey, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Ähm... Ja. Hab ich... Wo? Hab ich... Wo's letzte? Wo's letzte? Ähm, ja. Ey, jetzt muss ich da auch noch hoch, oder? Wofür hab ich denn diese zwei Kollegen? Ich versteh das nicht. Das Spiel bringt einen, ich langsame... Ah, hier. Halt die Schnauze. Ey, mein Leben. Ey, nein. Shit. Komm, zeig dich. Hier. So, Freunde, wisst ihr was? Mal auf die gute alte Methode hier. Was? Ja, gut. Ähm... Hier. Zack. So viel Leute. Und? Go. Stop. Trocken. Ey. Ja. Bro, ich kann einen Mann auf. Nein. Ja, dann sind wir uns gleich wieder an der gleichen Stelle. So, Freunde, es geht weiter. Ja, ja, hier ist ein Problem. Wo? Wo? Hab ich. Hab ich. Hab ich. Dad nach. Hab ich. Hab ich. Habe ich. Ich kann den nicht treffen. Ah, ich hab den Snipe. So, hab ich auch. Oh, ich muss höher, ich muss höher, ich muss höher, ich muss höher. Wenn der Aff jetzt wieder stirbt, ne? Hab dich denn eigentlich umgebrochen? Ja, schild mir eure Eier. Ja, Grupp Tech kann stehen auf der Treppe, du wüsstest du. Hab ich dich. Und, zack. Hey. So, jetzt geh ich nach oben. Deswegen ist er was drauf. Was ist das für ne Game? Woher haben denn so viele Leute? Geht's in. So, er ist tot. Wo sind die anderen? Wo sind die? Hab ich? Nicht? Eigentlich Dauerfeuer rein. Groß schönes Auto. Schmeigen, kompial. So. Jetzt haben wir es aber. Nein Hä, und wer hat jetzt eingeladen? Achso, unser anderer Boah Und weiter und los Nicht mehr weg hier Wir fahren zwei schwarze Autos mit, zwei schwarze Jeepli Du siehst den Bett, wenn ich auch Ey Ah, Freunde, wie wir schwingen jetzt? Oder? Ah, nein, komm, wir lassen den Haufen, das gehört uns zu Ist ja kein normaler Ja, Bruder, chillmock, vertrautmock nicht Ich bin sorry, Enrique, aber du ain't got shit Wir got our pride Do you even know what that means, Bro? Nah, Bro, I just like saying it Was fährt er denn? Oh, fast perfekt Mal Platz, da Boah, das war eine geile Mission Okay, Bro So Freunde, da fahren wir direkt mal zur nächsten Mission Weil eine können wir auf jeden Fall noch machen Und Wir haben schon 53.000 Wo machen wir jetzt die nächste Mission? Mamas Haus ist weg Also Tony ist abwesend, aber wir haben hier noch eine Dann fahren wir erstmal zu Tony, Freunde Dann sehen wir uns gleich wieder So, Freunde, wir sind angekommen Ja, Död, Död Der klettert in der Tür Hoch So, mal schauen, was jetzt kommt Frosting on the cake Okay Oh, look who it is Jesus You could knock or something I mean, my heart is beating 200 beats a minute You almost put me in the hospital This is good Das ist ja eben, du hast eine Cox-Up-Party Oh, ja Listen, Gracie Tell you Tell him Tell him you've been selling me Coke He will love that No, 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 no I don't mean that I mean, tell him Tell him I'm okay You know, tell him I'm on the up Yeah, tell him if he needs a good fake tan Or some hair gel Rocco can hook him up Oh, fuck off, Luis Sorry, bro I'll happily do more time for you Oh, Luis You always gotta act so tough Just have a fucking line And chill out Oh, like me People Luis is always such a buzz girl Oh my God Oh my God Drogen zertäuftel, das ist das Läuftel Man sieht's an den Leuten hier Ich hab's noch nie angefasst, wir haben's noch niemals angefasst Oh, nein Oh, nein Guy's a fucking mess, Luis Holding you back He holds everyone back No, he doesn't Get up No Come on, get up Get up, you has-been No good 1980s throwback relapse junkie fag What's wrong with you, Tony? Get up, baby Oh, ladies and gentlemen, more shots Oh, hey, hey, hey What, guys What's going on? You tell me, boss What's going on? Why'd you call? I don't know Because of that thing, T Come on, that sparkly thing Wake up, you junkie fag Oh, right, right That thing That shit Right, that thing Okay, all right, Luis All right, we gotta go Ladies, have some fun Keep your septums all in one piece, huh? Jesus, man I feel like a camel's shot in my mouth Well, again, it wasn't fun Here we go Oh, no, 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 no Not again, not again No, 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 no Hold on, guys I want to come, too Fuck off, Evan This is work It's not working out Whatever So, anyway, 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 Sharon I think I'm going to sell my car Oh, my God That is so funny What's so funny about that? Absolutely nothing Oh, my God Oh, my God That's rough, man I forgot about ordering these limos Coke makes me real classy, don't it? You take heaven, Lou I go with the driver I could do with not talking Thanks a lot, don't You look like a driver East hook, please, driver Yeah, friends Then we'll start to the docks We'll be right back So, friends We're, I believe, we're here Now we're here We're here in the docks You're full of chance You have arrived Why am I showing Hey, what's going on? Right, which money is Mr. Tony? That would be me All right, you got what we're looking for? You got the money? Sure, right here Then I'll get the ice Hold on How do you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? If it serves me right for leaving the party with you, losers Shut up, idiot Tony, we cool? Let's just get this over with My head is killing me My life has been reduced to this bullshit So, no, Louise We are a long way from cool But for right now Let's just see what the chef has to say for himself Yeah, that's what I think I agree Yeah, I'll get it, please Yeah, yeah, all right This is them These are great They're great But, uh, two million You had your head in the oven Mr. Tony, I have what they tell you Perfect clarity, beautiful clarity Well cut and a shitload of carrots What do you expect? Tony, they're gorgeous Just like you Come on, can we do a hand over police And get out of here? This is too much Ignore him He's probably been in a night with some bimbo Tony You're a chef Welcome, yeah I had a line on some kitchen supplies How about I throw that into the equation What's the price? What's the end of this, friends? He's the money we're agreed upon Just give us the ice All right, all right Tony, can I hold them? Fuck Thanks Thanks Oh shit, Tony, we're out of here Come on, let's go Heaven, take us to the club And don't fuck about, okay Oh shit Oh shit Oh nein Ah, I have to drive Okay, very good Oh Oh Oh, friends This is a great mission Bro No No What? Has it? Warum nicht, ne? Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Wir haben, Freunde, wir haben Viertel vor sechs morgens, ne? Bis gleich. So, Freunde, es gehört direkt los. Wir sind jetzt direkt mittendrin. So. Ja, gib Gas. Mein Gott, du hast es gesoffen gemacht. Hier. Boom. Boah. Ja, Bruder, Fahrt. Hui. Oh, shit. Nein. Fahr, fahr, fahr. Der Ort ist in der Luft. Wir können landen. Hier. Genau hier. Boom. Geile Mission. Geile Mission. Ja, ruhig. Und uns? Ey. Nein. Nein. Ich hab noch zwei Haftbogen. Ich bin fast tot. Ich hab nur noch zwei Haftbogen. Eine Haftbogen. Okay. Okay, die muss gezielt sein. Boom. Nein. Boah. Boah. Nee. 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 Wenn der schießt, ne. Was gehen hier? Kommt der noch? Warte. Ich krieg der nicht. Die. Die. Die auch. Warte. Hier kommt der. Und. Und. Boah. Hey, Freunde. Ich. GTA 5 hat auch mega geil müssen. Aber sowas ist echt anders. Guck wie der fährt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, der Boss muss wieder fahren. Pist du. Boah. Ich wär die Cops los. Ah, alles klar. Oh, shit. Okay, Freunde, wir können's jetzt echt schaffen, wenn alles mitspielt. Wir müssen jetzt. Oh, ne Limousine. Weiß halt normal als Autor. Ja, okay. Ich hab ne Limousine in die Kurve zu kriegen. So, hier. Hier muss man einfach nur langsam fahren. So. Ja, wir haben's geschafft, Freunde. Aber zweimal gestorben, einfach. Vor allem, wir sehen uns irgendwo angekommen sind. Ach, wir sind angekommen. Ja, gut. Habt schon erledigt. Boah. Also Geld weg. Diamanten weg. Ja, Freunde, das war's mit dieser geilen Mission und das war's mit dieser geilen Folge von GTA The Ballad of G-Toni. Freunde, wenn's euch gefallen, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich freu mich jetzt auch da über jede Bewertung. Und ich jetzt schlafen. Wir haben nämlich jetzt schon 6 Uhr fast. Ich bin raus. Ich wünsch euch was. Und Ciao. Ja, Freunde, ich wollte gerade speichern gehen. Aber der Tony hat uns gerade angerufen. Und es gibt noch ein Zusatzmission. Ich war gerade hier. Ich wollte gerade speichern. Da krieg ich dann irgendeinen Affen. Ja, dann ist es einfach jetzt mal Bonus. Das ist eine Bonus-Folge. Dann sind wir gleich, wären wir angekommen. Das ist so, Freunde. Jetzt sind wir auch angekommen. Bei einem Helikopter. Weil der Tony trifft sich ja, wie gesagt, mit dem ähm Typen, der diese Blogs schreibt. Und wir müssen fliegen. Irgendein Helikopter so hoch wie möglich Richtung Happiness Islands. Ja gut. Das machen wir jetzt, ne? Oh. Ja, das ist so. Das ist der nächste Punkt. Oh, das ist so. Oh, nein. Das ist ein sehr groan-up-gesture von dir. Ich dachte, es wäre nur Tit-for-Tat von hier an in. Was meinst du, Tit-for-Tat? Du denkst, es wäre etwas anderes auf deiner Seite. Wir machen dir das Scheiße. Ich bin nicht naiv, Louis. Der Derrier-launch, Mason hat's 5. Geburtstag, er hat mich nach dem, es war ein geliebter Snub. Was meinst du, Mann? Wir haben dich noch nie gesehen. Ich war nicht gesehen, Louis. F***, ich habe ihn gesehen. Schau dir einen Freund die Seiten, El. Ich nehme die Kontrolle. You really don't have to show me anything. They've vlogged every inch of this town. You know what? I don't think you've ever seen Liberty City like this. What's he doing, Tony? Help! Uh... You ain't sucking up without your keyboard, are you? Ah! Shit! This is how we do Tit-for-Tat, where I'm from. I'm sorry, and I just heard you. Come back here. You're a long way from the blogosphere, motherfucker. Be careful up here, bitch! Who the big man now, huh? Ah, komm. Eine noch. Noch eine. Noch eine und jetzt... Tschüss. Have a nice light! Get after him, El! Woah! Woah! No! 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 Bruh! Ich will doch das nicht. Der ist doch an den vorbei gezischt! Nein. Ja, Freunde. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn wir rausspringen. Ja, Freunde. Da sind wir wieder, ein Helikopter, und wir passen uns mal ein paar, um der weiß, wer wir sind. Oh, Feige, noch eine. Und, zack. Muss ich ihn retten, oder? Ja, aber guck mal, wie soll ich ihn jetzt noch kriegen? Ja, bruh. Fick dich, Mission. Hier ist Celebinator, Alter. Freunde, wir sehen uns einfach gleich, wenn ich diesen Penner hab. Und, warte. Bis gleich. So, Freunde, wir haben ihn. Warte. Komm, zack. Er ist sich gar nicht an uns klammert. Ja, komm, rutsch ab. Ich glaub, der wird nie wieder was Schlimmes ohne Schreibe. Komm. Komm. Was hast du davon, du Penner? Ja. 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 Der hat sich einfach komplett eingeschissen. So Freunde, 100%. Jetzt war es aber Freunde, ich bin raus. Ich wünsche euch was und ciao.